Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Minecraft Story Mode. Beim letzten Mal war ja auf gut Deutsch gesagt, die Kacke ordentlich am Dampfen. Also was da alles passiert ist, falls ihr es noch nicht gesehen habt, Link ist unten in der Videobeschreibung zum dritten Part oder alternativ zur kompletten Playlist. Und ohne große Umschweife machen wir jetzt natürlich weiter. Oh, direkt QuickTime. Oh, das ist ein Buzer-Gast. Ach, komm, Handy in die Luft. Da hätte man Kopfschmerzen bekommen. Oh Gott, Edgar. Wir sollen bloß aufpassen, die Jungen. Okay, so, I'm not the only one seeing that we're running out of track, right? No? Good. Jesse, that switch. Now, do it. Oh, arms don't fail me now. Wow. Ha. 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 Wow. I thought something bad was gonna happen there, but, ha. I guess everything's gonna be... Whoa! No! Wait! Oh, man! Axel? Uh, Axel? Ruben? Anybody? Nein! Hang on, Ruben! Hang on, Ruben! Suck. Get... Ooh! Yeah! Ruben! Okay, Ruben! Okay, Ruben, remember how I said everything was gonna be just fine before? I know I was wrong then, but I have a very good feeling about it. Whoa! Duck! Eh, yes! Oh, wow. Na kom? Sack. Wow. Well, Gaster officially crossed off my to-see list. Done with the gas. Never need to see them. Oh, crap. This is bad, this is bad, this is bad. Whoa! Is... Huh. Is everyone okay? I mean, I'm not dead. I guess that's pretty good. Ditto. Ditto, the not dead. I just can't believe that Petra comes down here all the time. This place is awful. Huh. Your throat's gonna be sore later, Axel. Why? Just sayin'? Wasn't that you doing all that screaming before? Sounded like you were really shredding your larynx. Hey, speak for yourselves, you fraidy cats. Reuben and I handled ourselves just fine. Isn't that right, Reuben? What? No! You screamed. Like a piglet. Is who did the piglet-like screaming? Can you throw up, like, inside your body? Uh-huh. I know, because I just did. About five times. Wow. Look at this place. All these tracks converge at this point. You could probably get anywhere in the world from here. There's the portal. This is what Gabriel was talking about. That's our way out. It must lead back to the surface. The surface is also where that creature is. He's right. We have no idea what we're walking into. It could be dangerous. We need to risk it. Thanks for being so brave, Axel. Alright. I'm gonna go. I'm going. I'm going right now. Like right right now. I just need to make sure I have everything I'll do. We are the members of the group. The members of the... I'll go first. That's not what I was saying. I'm going. Well, if you absolutely insist. Well, I'll see you guys on the other side, I guess. Be careful. Thanks, Jesse. I'll see you. Okay, not what I was expecting. Yeah. Na komm. Mit denen haben wir doch schon... Hä? Ich muss doch grad sagen, wieso treffen wir den nicht? Mit denen haben wir doch schon unsere Erfahrungen gemacht. Oh man, that was close. There was a zombie. Oh. Is it dead? I mean, you know, dead dead? Yeah. Draußen sind wir angreifbar. Er muss hier irgendwo sein. Komm, wir haben keine Zeit. Können wir uns jetzt entscheiden? Ich bin auch für ein Baumhaus. Komm schon. Ein Simon-Ungel-Gedächtnis-Baumhaus. Ich liebe Spiders. Let's go with the treehouse. It's functional. It'll keep us out of danger. It's not a bad idea. All right. Fine. Let's get started then. Obwohl, da sind wir natürlich auch für das Monster sehr, sehr gut sichtbar. Oh. Jo. Wieder im Megatempo. Kein Problem. Wenn ich so schnell bauen könnte. Wenn ich mich mit einem Spider auf meinem Gesicht erwarte, werde ich dich überlegen. Lower your expectations, Axel. Well, vielleicht, wenn wir die Baumwärmung ein bisschen mehr haben, könnte es... Never. Es ist... Das ist gut. Es ist gut. Es sieht gut, Leute. Oh, Mann. Was? Ich werde dir etwas sagen. Du musst nicht sagen, dass du nicht zufriedenst. Was ist das? Ich habe Kuchen. Eine für mich. Eine für Olivia. Eine für Jesse. Danke, Axel. Und Edgar? Und eine für Ruben. Sorry, Lucas. Ich habe nur vier. Oh, nein. Es ist okay. Ich bin nicht so hungry, in der Fall. Ich kann ihn haben. Ich habe etwas in der Morgen. Oder etwas. Ich habe etwas in der Lage, Lucas. Nein, nein. Ich kann das nicht. Ich versuchze. Danke, Jesse. Das war für dich, Jesse. Nicht ihn. Ich bin nicht in Team, Mann. Ich bin nicht in Team, Mann. Immer positiv denken. Das ist, glaube ich, eine gute Message. Nein, wir müssen nur mopieren. Wir müssen unsere Spirits high. Nein, wir sollten mopingieren. Das ist genau das, was wir sollten machen. Axel. Ich bin richtig, richtig? Vielleicht. Aber sie wird gut. Was macht dich das? Sie muss gut sein. Gut. Dann, uh... Wir sollten uns ein bisschen resten. Wir müssen versuchen, diese Tempel zu sehen. Wie können wir. Jetzt, meine Frage ist, wenn wir mit dem Portal starten, und ein bisschen verbrechen... Oh, er hat uns geholfen. Beide sollen sich beruhigen. Ganz ehrlich, Leute, chillt mal. Ich hab das nicht. Du kannst nicht weg. Es ist gefährlich da. Ich kann mich selbst beachten. Das ist was Axel will, oder? Lass ihn weg, wenn er weg will. Du bist nicht zu einem Ort. Aber Jesse... Das ist genug. Wir alle auf dem gleichen Team sind. Er bleibt. Zombies-Sizede Chicken. Das ist das, was ich kämpf. Warum das? Weil ich sterbe. Natürlich. Rain ist besser als Monster. Danke für mich, Jesse. Ja. Ich frage immer, ob alle sind. Ich meine, die beide. Beide haben. Du bist okay? Es war eine rough Nacht. Es passiert. Wir waren alle tired. Und... Ich bin glücklich, dass du okay bist. Danke für dich so cool ist. Cool beans. Das ist ein blöder Spruch. Hey! Es ist etwas über dem Weg. Was ist es? Es ist eine Art Gebäude, ich denke. Lass uns einen näher schauen. Ab nach oben. Es muss doch dieser Tempel sein. Oder die Ruinen da vorne. Wir sollten trotzdem... Ach komm, worauf warten wir noch? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das, was wir versuchen, herauszufinden. Es ist das Tempel des Ordens der Stöhnen. Lukas, bist du sicher? Er ist richtig. Schau. Er ist richtig. Holy crap. Du denkst, sie sind da drin? Lass uns in und herausfinden. Lass uns alle aufhören. Okay. Wenn du etwas spätst, schau es raus. Wir haben nicht viel Zeit. Es ist wunderschön, wie die Dispensers sind schraubt, wie spookige kleine Gesichter sind. Was hast du, kleine Junge? Ich habe das Gefühl, dass wir wirklich nicht wirklich wollen. Was will ich herausfinden? Bleib hinter mir. Okay, mal wieder Zeit für unser Schwert. Ich finde es schade, dass man die Sachen nicht so selbstständig zücken kann. Und man könnte jetzt natürlich auch einfach... Da sind auf jeden Fall Druckplatten unten. Den möchte ich definitiv nicht vorbeigehen. Also drauflatschen. Das ist wahrscheinlich nicht eine gute Sache. Oh, komm mal, Dispensers-Bases. Ich dachte, wir sind Freunde. Ruh! Oh! Oh, hat's verklipp. Ich hab das sogar noch gesehen. Oh, das ist doch nicht so. Wir sind verraten. Wir haben die Dispensers-Bases mit dem Pressure-Plat. Wenn wir eine Art-Platung wieder herausfinden können, dann wird das wiederholfen, ich glaube, das wird sie weg. Es gibt ein Krafgerät, vielleicht können wir etwas ausgleichen. Aus was? Wir haben nichts. Wir haben keine Sachen. Alle unsere Handeln und Materialien sind nach Hause. Okay, alle. Entschuldigen Sie Ihre Pocken. Wir sehen uns, was wir haben. Ich habe ein paar Sticks, die aus dem Herzen zu bauen. Ich habe ein paar Flinte und... ein Stück String. Alles, was ich habe, sind ein paar Pferden, die ich nachdem, nachdem die Pferde explodiert wurde. Mal sehen, ich habe... ein paar Flinte und Steele, ein Schwert. Oh, und ein paar String aus einem Spadern, den ich in den Wald kämpft habe. String, Sticks, Flinte und Ställe. Das ist natürlich interessant, was man da jetzt draus basteln könnte. Hm, Rezepte. Klicken wir mal drauf. Ein Bogen. Macht wenig Sinn. Obwohl, wir könnten natürlich mit dem Bogen... Aber wir haben nur drei Strings. Man könnte wahrscheinlich versuchen, mit dem Pfeil die Druckplatte zu betätigen. Eine Angel macht wenig Sinn. Mit der Angel könnte man das natürlich auch probieren, indem man die Angel auswirft. Aber meiner Meinung nach funktioniert das nicht. Ich denke, es wäre schlauer, einen Bogen zu machen, weil dann hat man auch im Notfall sicherlich auch noch Pfeile, um Monster zu beschießen. Deshalb macht das wesentlich mehr Sinn. Also wenn wir als erstes einen Bogen craften... Zack, zack, zack. Dann nehmen wir die Strings. Ich würde den ganz gerne irgendwie... Kann ich den... Ah, genau. Dann packen wir den wieder zurück. Dann die Fäden. Okay. Dankeschön. Und dann... Feuerstein. Stick. Feathers, war das so? Okay. War fast so. Also nicht, weil ich das letzte Mal Pfeile gecraftet habe. Obwohl wahrscheinlich bei Varro. Let's do this. Oh yes. Schlagen. Jawoll. Alright. The order of the pig's luck is changing. This must be their enchantment room. Sieht aus wie bei Efr. Sieht aus wie bei Ebron. Sieht aus wie bei Ivor. Sieht aus wie bei Ebron. Das war ja nun wirklich, äh, ja. Also das war völlig krass. Okay, wir reden mal mit Lukas. Ich meine, jetzt ist der Orden des Schweins da. Ich möchte jetzt endlich mal mit Edgar reden. Wo ist denn der alte Schlawiner? Kann ich hier... Wahrscheinlich muss ich nach vorne gehen, okay. Hä? Entschuldigung, wo geht es hier längst? Von vorne. Und Enchantment Table. The battle was fierce, but the order of the stone emerged triumphant, saving the land and ensuring that peace and prosperity would reign forever. Well, not exactly forever. These five members, five friends, together would give so much to gain their rightful place as five heroes. They would author their own end. They would slay a dragon. Ivor was a member of the order of the stone? The stories never mentioned him. This is so crazy. Das ist so crazy. Das ist so crazy. Das ist so, wie Ivor hat such a grudge against Gabriel. They lied to us. They lied to the whole world. Why would they do this? Man, I can't believe you punched a member of the order of the stone. This is so crazy. The order might not be what we thought they were, but Petra is still out there. That monster is still out there. Jesse's right. We need to focus on what we came here to do. Where do these stairs go? Oh, gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Natürlich nach oben. I got one way to find out. Now this is cool. Wow. What happened to the walls? More like what happened to this whole place. This must have been where they met. So, where are they then? Gabriel said that once we find the temple, the amulet would lead us to the order of the stone. Well, what are you waiting for? Pull it out then. Is something supposed to happen? Well, that was a letdown. There's got to be something we're missing. Look around and see if you can find anything. Meine Damen und Herren, ob und vor allem wie wir dieses schöne Amulet oder was auch immer das genau ist aktivieren können, werden wir beim nächsten Mal sehen. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine kleine Bewertung da. Und ich muss sagen, für mich persönlich ist es ein richtig, richtig cooles Spiel. Mir macht es unheimlich viel Spaß und es ist cool, wie sie die einzelnen Elemente von Minecraft eingesetzt haben und auch umgesetzt haben. Ich finde es wirklich cool, es macht mir Spaß, euch hoffentlich auch. Und dann wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Tag und wir sehen uns morgen um 14 Uhr wieder zu einem neuen Part von Minecraft Story Mode. Haut rein! Ciao, ciao!